Ich kann es jetzt gerade nicht noch mal nachlesen. Ich kann die Augen nicht aufmachen. Wer die Augen auch nicht mal aufmachen kann. Es ist sehr schön, Tino. Oh, ist das lange her, du. Scheiße. Es fühlt sich an wie viele, viele, viele Wochen und Monate. Ja, mindestens zwei. So viel meinst du? Ich glaube ja. Tino, ist das schön. Das ist wirklich schön, dich wieder zu hören. Dich nicht zu sehen, weil, oh nein, wir sind im Discord. Was ist das denn? Brenn.discord.net Haben wir wieder einen Lockdown? Naja, so halb. Kann das sein? So halb. Also Leute, erstmal ganz kurz. Die letzte Folge ist leider ausgefallen, weil es war einfach viel zu viel zu tun. Ich bin da ja an so einer neuen Sendung dran. Eine Twitch-Show, NostarafoTV-Ghost-Prank-Show, die wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen leider abgeschwächt nur passieren kann, wegen Corona. Aber dadurch haben wir es einfach nicht geschafft, letztes Wochenende noch irgendwie auf einen zeitlichen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber das, was da passiert ist, ist trotzdem noch relevant. Also eins, zwei Sachen würde ich trotzdem aus der letzten Woche noch ansprechen. Aber Tino, vorher das Allerwichtigste, die News der Woche, das neue, die Ärztealbum. Ja, das nicht überschattet, übersonnt alles, was die letzten Wochen passiert ist. Es übersonnt eigentlich die ganze Corona-Geschichte, meiner Meinung nach. Das Ärztealbum ist gerade die Neuigkeit und die Entwicklung und darauf habe ich mehr gewartet als auf den Corona-Impfstoff, wenn du mich fragst. Der ist ja quasi der Corona-Impfstoff. Das neue Ärzteneimittel, jetzt erhältlich. Schön. In diesem Sinne ein saftiges Aloha aus der Datenbahn. Ja, wir sind... Datenbahn? Robin Nostarafo? Tino, professionell sind wir auch. In diesem Sinne... Tino, was hältst du vom neuen Album? Also, ich habe viele Sachen gelesen von den verschiedensten Leuten. Oh, ich bin so enttäuscht, das sind doch nicht mehr meine Ärzte und heul, heul. Ich muss sagen, ich finde es grandios. Ich habe es gestern, so gegen Mittag, mir runtergeladen und habe mich ins Bett gelegt und habe einfach nur Ärzte gehört, Himbeerbrause getrunken und Kekse gegessen und habe es zweimal durchlaufen lassen, habe mich nicht ablenken lassen, kein WhatsApp, kein gar nichts, kein Pornhub, habe nur Ärzte gehört und es war ein tolles Erlebnis, weil die Texte einfach so durchdacht sind und die Musik auch so toll ist. Und du hast ja auch schon gestern geschrieben, dass das im Vergleich zu Auch ja noch viel mehr reinhaut, also zum letzten Album, was die Ärzte gemacht haben. Ja, das habe ich ja schon öfter mal kritisiert, denn da hat man sehr gemerkt, dass es irgendwie so, jo, wir sind so drei Solokünstler und wir machen irgendwie eine Platte zusammen, aber diesmal fühlt sich das nicht so an. Es ist so ein bisschen Farin Urlaub, Extravaganza, aber für mich ist das nichts Schlechtes. Mit dem ersten Song kann ich noch nicht so viel anfangen, ist irgendwie so ein Trap-Ding, aber sonst sind er schon... Das ist ja Absicht, das ist ja Absicht, dass es ein bisschen komisch ist. Ja, absolut, aber es ist richtig, aber der Song kann ja trotzdem gut sein, aber für mich passiert das halt nicht. Aber darüber hinaus sind da richtige Brecher dabei. Auch Morgens Pauken finde ich jetzt irgendwie auf dem Album nochmal geiler, tatsächlich, also die erste Single. Und Clown aus dem Hospiz habe ich mir hier extra aufgeschrieben, das wollte ich mal ansprechen, denn wenn man das vergleicht mit der belanglosigen Scheiße, die Bela auf dem alten Album da gemacht hat, Bettmagnet und Miststück und all so ein Dreck, ja, und das verglichen mit diesem Song, also da ist nochmal was passiert im Leben des Herrn Felsenheimers, würde ich sagen. Na, es gab ja einige Interviews zum Album und sie haben oft betont, dass sie für dieses Album sehr viel Zeit hatten. Auch aufgrund der Pandemie hatten sie viel mehr Energie und Zeit und keine Ablenkung und konnten jegliche Energie in dieses Album fließen lassen und hatten so viel Zeit für Experimentelles und einfach um die Songs auszufeilen. und ich kann mir vorstellen, dass sie bei auch einfach mehr Zeitdruck hatten und irgendwie nicht so diese Lust und Energie hatten, wie jetzt aktuell. Das würde es für mich so ein bisschen erklären zumindest. Ja, maybe. Aber mein Highlight auf dem Album ist ja der letzte Song, Wutbürger. Ich dachte mir, dass du, ich dachte es mir so sehr, Alter. Ich musste auch loslachen, als ich den gehört habe und musste sofort an dich denken. Richtig gut. Ja, also es geht quasi darum, dass... Ich will nicht so viel verraten, aber es ist halt wirklich so ein... Ja, ja, also ich glaube, man darf über das Album nicht so viel spoilern, weil so viele Witze da drin sind, die einen einfach erschlagen, so aus dem Nichts. Und da geht es halt so um Rechtspopulisten und was Farin machen würde, würde er da eintreten. Es ist schon irgendwie sehr, sehr witzig und hört es euch an, so ein, zwei Wochen. Danach können wir nochmal das Thema aufgreifen in diesen Songs, weil ich finde es einfach ganz, ganz viele Minuten und Stunden unseres Podcastes wert. Aber wir wollen unsere Nicht-Ärzte-Fans vielleicht nicht... Ja, ich wollte gerade sagen, wir reden echt viel über die Ärzte so und vielleicht ist da nicht jeder super angeschlossen, aber ich glaube, die Ärzte sind trotzdem noch so ein bisschen Konsens, dass jeder zumindest anerkennen kann, dass die irgendwie ganz okay sind. So, und keiner sagt, oh, das ist jetzt scheiße. Sondern irgendwie, ob du Metal- oder Hip-Hopper bist, irgendwie Ärzte geht immer so ein bisschen auf Festivals und so. Und die Ärzte haben gestern die Tagesthemen eröffnet. Das war auch eine absolute Premiere. Sie haben das Tagesthemen-Intro gespielt und haben die alten Rentner weggeklatscht, glaube ich, mit diesem Intro. Habe ich gar nicht mitbekommen. Witzig. Also, dass die alles am Promo rausgehauen haben, ist ja echt fantastisch. Was ich aber auch witzig fande, alle auf Brille. Überraschend großer Lacher für mich tatsächlich. Ja, so eine richtige Punk-Satire eigentlich. Bela singt so schlecht und so voller Input. Ich habe auch erst gedacht, das ist Brot, ehrlich gesagt. Das war richtig merkwürdig, aber großartig. Ich habe eh ein bisschen gebraucht, um rauszuhören, wer das eigentlich singt, weil die Stimme so verstellt ist und der Song so anders ist als der Rest. Aber es scheint Bela zu sein. Ja, ja, ist er auch. Und als letztes würde ich für mich noch rausstellen wollen, ich am Strand, ich mag die Songstruktur ganz arg. Das ist irgendwie so, weißt du, du kennst halt Lieder und kennst eine Million Lieder und irgendwie ist da immer wieder ein ähnlicher Ansatz. Aber irgendwie, ich am Strand, also so irgendwie, ich plättere durch ein Fotoalbum durch, das ist nochmal so eine ganz neue Songstruktur. Songstruktur, das hat mir übelst gefallen. Schön. Das gab es zuletzt bei Sido mit Bilder im Kopf. Okay, mit dem bin ich nicht so vertraut, aber trotzdem, für mich ganz toll. Ja, also ich will jetzt nicht jeden Song nochmal einzeln durchgehen, können wir ja im Privatgespräch nochmal machen. Es ist nämlich so viel sonst noch passiert. Ey Tino, vielleicht switchen wir doch nochmal kurz auf die letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du da noch deine Notizen offen hast. Aber also die relevanteste Info, die ich hier ganz groß sehe, ist Grüße an Herr Kleine. Am 16. Oktober nämlich waren wir auf dem allerletzten Platz deutschlandweit, was Corona-Zahlen angeht. Und jetzt sind wir schon wieder bei 18 Fällen auf 50, bis schon hier auf 100.000. Schade. Weimar, das gallische Dorf. Ja, konnten wir aber nicht aufrechthalten. Also gestern war die Meldung wieder plus sechs Fälle. Schade, schade Weimar. Ja, ich arbeite ja auch mit Jugendlichen aktuell in so einem Jugendzentrum. Und alle paar Tage habe ich auch so irgendwie in der WhatsApp-Gruppe so Nachrichten wie, übrigens, ich bin gerade in Quarantäne und so. Und ich sage euch, wie es weitergeht und so. Echt alle paar Tage muss ich fürchten, dass ich auch in Quarantäne muss. Aber bisher ging immer alles gut und alle wurden negativ getestet. Aber ich spüre jetzt diese Corona-Nähe hautnah. Wir sind jetzt schon wieder bei 26,12 Einwohner auf 100.000. Weimar kann nur Spitzenreiter sein oder ganz unten. Das war schon immer so in der Geschichte. Ja, also in Quarantäne sind auch tatsächlich schon 200 Leute. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass du da einen jemanden von kennst. Egal. Dann noch eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte. In Paris sind die guten alten Zeiten wieder auferlebt worden. Hast du das mitbekommen? Du meinst spanische Krippe und so? Nee, nee, nee. Köpfen. Köpfen ist da jetzt wieder angesagt. Ah, du hast recht. Stimmt. Ja. Sehr progressiv. Da gab es einen Lehrer, der die Charlie Hebdo Karikaturen gezeigt hat im Unterricht. Und der wurde daraufhin von jemandem geköpft. Ja, wahrscheinlich von dem Islamisten, ne? Schon so ein bisschen. Das war enthauptet. Mitten in der Öffentlichkeit auch, glaube ich, ne? Und das war... Aber ich meine, das ist halt wie der Weimarer Zwiebelmarkt. Das hat da einfach so ein bisschen Tradition. Das muss einfach wiederkommen. Das darf auch bei Corona nicht ausfallen. Ja. Die Handgelüteile. Köpfe müssen rollen. Alter, außerdem noch Armenien und Aserbaidschan schießen gegenseitig Raketen auf sich. Auch richtig, richtig interessant. Aber war halt letzte Woche. Deswegen kann ich es nur kurz anreißen. Na, aber halt. In Frankreich gab es noch eine Folgetat. Ja, das war diese Woche. Eine Folgetat. Nämlich daraufhin haben wohl zwei Frauen, also französische Frauen mit rassistischen Parolen, zwei muslimische Frauen niedergestochen. Ja, vor dem Eifel-Turm. Und haben schmutzige Araber oder so gerufen. Ja, genau. Und geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid und so. Und das ist auch nicht schön. Es ist nicht schön. Naja, das ist ein bisschen unangenehm. Also Menschen macht mal nichts mit töten. Das ist nicht so geil. Ja. Sprecht miteinander. Fangt ein Podcast an von mir aus. Mach da auch mal einen Song drüber. Also das klingt wie ein Song. Menschen macht mal nichts mit töten. Also ich bin ja unmusikalisch. Ich habe ja mit Bands nichts zu tun. Na doch, du hast doch hier in deinem Stream, machst du doch Musik. Menschen fotografisch Werk. Du hast recht. Du hast recht. Ich habe übrigens jetzt durch das neue Album wieder richtig Bock gekriegt, selber was zu schreiben, weil ich habe die Platte gehört und dachte mir, die Scheiße kann ich besser. Das kann ich auch. Ne, aber mach mal nichts mit töten. Doch, vielleicht schreibe ich mir das gleich auf. Klaue ich dir die Edge Badge. Ähm, apropos töten. Ne, ne, ganz kurz. Ach so, okay. Denn als Folge, das fand ich ziemlich nice, als Folge auf dieses zweite Attentat, möchte ich es nennen, wurden die Cartoons von der Satire-Klitsche an die Regierungsgebäude projiziert. Das fand ich ziemlich nice. Also ganz groß, weißt du, so von wegen, fuck you, wir lassen uns hier nicht unterdrücken. Guck mal, das ist der Mohamed. Ja, die Franzosen haben irgendwie kein Glück mit Terroristen. Die haben mit den letzten, äh, ja, wie kann man sagen, sechs, sieben Jahre ja die meisten Anschläge einstecken müssen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Naja, die scheiß Franzosen halt, ne. Hatten wir ja erst im Podcast. Ich kann die auch nicht leiten, ist ja keine Frage, aber ich weiß nicht, wie die Muslime darauf kommen. Wie die, wie die Islamisten das, das so sehen und was, warum das ihr Feindbild ist. Ja. Wegen Froschschenkeln vielleicht oder wegen diesem schlechten Bein und den ganzen Künstlern. Die sind halt völlig zurückgeblieben. Apropos zurückgeblieben, lass noch mal kurz in die letzte Woche gucken. Ähm, da gab's wieder so eine Situation, das passiert öfter gerne mal, der, ähm, der Chefredakteur der BILD, Julian Reichelt, der auch jetzt so ein, so ein Softball-Interview hinter sich hat mit Hey Aaron, also so ein YouTuber war da bei dem und hat da investigative Fragen gestellt, die eigentlich keine waren. ähm, der hat einen Artikel vom Postillon geteilt und der hat hinterher, äh, die, also wenn du einen Link postest, ist der ja immer so ein Thumbnail, ja, also nicht nur bei Videos, sondern auch bei Artikeln und so. Und die haben das hinterher abgeändert in Hashtag Halt die Fresse Bild. Also es gibt hier so ein Screenshot, Julian Reichelt, wie er einen Tweet quasi retweetet, wo steht Halt die Fresse Bild. Das war ziemlich witzig. Das würde ich zum Hashtag der letzten Woche annennen. Ja. Definitiv. Wenn ich darf. Dann, dann hat dein, äh, dein Haus gebrannt, Liebig34. Oh nein, ich würde echt zurückziehen. Tja. Und, äh, dann hat noch die Lunge gebrannt von Hermann Spahn. Ja, genau, das war ja auch eine, eine, eine riesige Nachricht und sehr ironisch, dass gerade unser Gesundheitsminister jetzt sich mit, mit dem Corona-Virus infiziert hat, aber das zeigt doch eigentlich nur, dass nicht, äh, dass Masken und Abstand halten nicht zu 100 Prozent schützen. Das ist wie ein Kondom, das schützt es ja auch nicht immer. Irgendwas kann ja schief gehen. Das kann reißen, kaputt gehen oder sonst was passieren. Und auch sein Ehemann ist auch Corona-infiziert. Es zieht halt eine lange Kette mit sich, wenn du einmal angesteckt bist. Ja, also es gab da auf jeden Fall eine richtig große Welle von Leuten, die gesagt haben, oh, hoffentlich verreckter, hoffentlich verreckter. Und, äh, während ich bei einem Herrn Trump vielleicht mir nachvollziehen kann, wie Leute sich das wünschen, auch wenn ich niemandem den Tod wünsche, würde ich sagen, Herr Spahn, der ist jetzt nicht der geilste Typ, ja, aber der ist jetzt nicht so der Diktator, dass man dem unbedingt den Tod wünschen muss. Ja, sowieso nicht. Nur jetzt mal so ganz vorsichtig, eine ganz kontroverse These. Also auch Trump nicht. Ich habe auch schon angesprochen, dass wenn Trump mal stirbt, kriegt er ja eine riesige Beerdigung mit Feuer und, und Orchester und Feuerwerk, weil er Präsident gewesen ist, wie alle Präsidenten, kriegt er halt eine richtig geile Beerdigung irgendwann. Und ich will, dass der ewig lebt, damit er das, das hat das nicht verdient. Er soll 100, also 500 Jahre alt werden und verschrumpeln und darüber nachdenken, was er für Mist gebaut hat in seinen vier Jahren, hoffentlich nur vier Jahren Amtszeit. Ja. Mal schauen, mal schauen. Aktuelle Werte sind ja ganz gut, aber bevor wir zu Trump kommen, vielleicht doch noch ein bisschen andere Sachen, weil ich, ich bin noch nicht bereit für Amerika. Da ist wieder ein großer Haufen Scheiße. Alter, aber, oh fuck, man. Apropos großer Haufen Scheiße, das Dschungelcamp 2021 wird doch nicht abgesagt. Das heißt, RTL schickt nun doch entgegen der letzten Pressemitteilung wieder, weiß ich nicht, zehn Promis in den Dschungel. Ja, im Dschungel, da gibt's ja nur Fieber oder so, da gibt's ja kein Corona. Weiß ich gar nicht, ob die auch betroffen sind im Dschungel. Und die Einschaltquoten, an die musst du doch auch mal denken. Aber ich frage mich, wen sie da reinschicken wollen, weil die ganzen B-, C- und D-Promis ja alle gerade durchdrehen. Ja, vielleicht nur die. Nena ist ja jetzt die neueste im Bunde. Das weiß ich nicht, also das hat sich noch nicht geäußert. Also ich bin ja ein Nena-Fan und ich glaube nicht, die ist ein bisschen gestört, ja, die ist schon so ein bisschen irgendwie esoterisch. Die ist völlig fertig im Schettel, sag's wie's ist. Ja, vielleicht ein bisschen, noch nicht auf diesem Nina Hagen-Level, aber sie nährt sich diesem Level sehr stark. Aber ich glaube nicht, dass die eine Corona-Leugnerin ist. Sie hat halt nur so ein Herz kommentiert bei Attila Hildmann unter irgendeinem, oder nee, Naidu, glaube ich, unter irgendeinem Post. Ja, Naidu. Das ist noch kein Zeichen dafür, dass sie jetzt Corona leugnet. Also ich hoffe es nicht, dass sie ihren 99 letzten Gehirnzählen weggesoffen haben. Wer auch nicht Corona-Leugnet ist, Dion. Wir haben das nämlich das letzte Mal angesprochen, dass da so ein kleines Wunder vor uns steht und jetzt ist es ja, jetzt ist es raus, die Katze ist aus dem Sack. Stimmt, stimmt. Dion ist mein neuer Mitbewohner, ist das nicht schön? Es war großartig. Ich durfte ja miterleben, wie er seine tollen Gemälde und Bilder in eure Wohnung gequetscht hat und auch das letzte freie Zentimeter von freier Wandfläche füllen konnte. Und am Abend noch die Vertragsgespräche, das war sehr interessant. Dass ich das miterleben durfte, war für mich eine große Ehre. Ja, und dann dachtest du ja auch, nee, jetzt wohnt Dion hier, da lasse ich lieber mal den neuen Podcast ausfallen. Nee, also mir wurde ja vorgeworfen, dass ich deswegen den Podcast nicht gemacht habe, weil es die achtenachtigste Ausgabe ist und ich mich weigern wollte. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Ja, da kommen wir jetzt eh in einen ganz großen Konflikt, du. Wenn das jetzt die 88. Folge ist, dann fällt der 90. Geburtstag von Oma hier, ne? Wie sagen wir immer? Fuck, ich komm gar nicht auf den. Oma Gerda. Gerda, genau, Oma Gerda. Rückis Oma Gerda, die wird ja zu unserer 90. Folge, sprich nächste Woche 90. Aber das ist dann die 89. Folge. Scheiße, was machen wir denn da? Ich hab ne Idee, wir lassen die 88. Folge einfach ausfallen, weil es ne Nazi-Folge gewesen wäre. Und dann ist das heute die Folge 89. Mein Vorschlag. Okay, das könnte dann hinterher irgendwie für Verwirrung sorgen, aber da pränken wir die Leute halt einfach ganz witzig. Ich denke auch, wer nachfragt, kann man einfach behaupten, dass die Folge zensiert worden wäre. Dass irgendein, weiß ich nicht, irgendein offener Kanal in Weimar uns verbieten wollte, diese Ausgabe auszustrahlen. Das ist ein sehr abstraktes Szenario, was du da entwirfst. Aber ja, das können wir so sagen. Wir haben in dieser 88. Folge gar keine News besprochen, sondern einfach nur die ganze Zeit Parolen gerufen. Genau, und da verschämen wir uns jetzt und deswegen ist die Ausgabe gestrichen. Ja, okay, so machen wir das. Gut, Knossi. Was auch gestrichen ist. Ja. Achso. Es ist über Discord ein bisschen scheiße, aber Leute, der Tinko-Anrancher, der ist noch ein bisschen krank und so. Das ist hier gerade schon, glaube ich, die bessere Lösung, dass du schön in deinem Bettchen bleibst und Ärzte hörst. Ähm, so, wer ist gestrichen? Deine Nase voll? Das auch. Und QAnon darf nicht mehr auf Facebook behandelt werden. Ah, ja. Also, QAnon-Beiträge werden jetzt von Facebook zensiert und gelöscht, ähm, weil es als gefährlich eingestuft worden ist, gefährliches Material. Und das fand ich erstmal interessant und dachte, okay, ist vielleicht gar nicht verkehrt, gegen Fake-News anzugehen. Auf der anderen Seite liegt mir ja auch ein bisschen was an der Meinungsfreiheit. Und mir wurde, mir wurde auch erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen ist, dass man QAnon jetzt gar nicht mehr behandeln darf. Das heißt, auch wenn du kritisch über QAnon berichtest, auch dann wird dein Beitrag gelöscht. Das habe ich dir ziemlich sicher gesagt und jetzt denke ich mir, haben wir das schon vor zwei Wochen im Podcast gesagt. Aber ich glaube, so alt ist das noch gar nicht. Aber ich bin ziemlich, also ich habe das auf jeden Fall jemandem erzählt, dass es halt so ist, dass du wirklich die gar nicht erwähnen darfst. Oder haben wir das besprochen im privaten Kontext vielleicht, als wir mit Dion eingezogen sind und... Ja, Dion übrigens, pass mal auf, während er gerade so Kisten schleppt. Naja, Knossi wollte ich eben noch ansprechen. Das war auch noch letzte Woche, aber das ist schon relevant. Knossi wurde geswattet. Endlich mal wieder irgendwie Larifari-YouTube-Ereignisse. Wobei Larifari vielleicht ein bisschen gemein ist. Swatten ist ja nie cool. Und vielleicht war es auch nicht unbedingt ein Swatten. Es war eher so, ey, da liegt gerade irgendwie jemand oder es brennt und Gas tritt aus oder sowas. Deine Swatting schon cool, wenn Gefahr ist. Ja, wenn Gefahr ist. Gleichzeitig wurde ja auch MCM geswattet. Alter, MCM, das ist auch so eine Odyssee jetzt gewesen. Die letzten, weiß ich nicht, zehn Tage oder so. Er hat dreimal Fantreffen angesagt, abgesagt, angesagt, abgesagt. Es ist so großartig. Immer aus verschiedenen Gründen. Gut, dass ich krank war. Ja. Aber die aktuelle Sprachnachricht, die in der Nosterrafu-Oasen-Gruppe zu finden ist, wo er sagt, ich habe Angst, mein Fantreffen zu machen, weil ich Angst habe, Europa in Gefahr zu springen. Ja, Alter, das ist schon wieder ganz vergessen. Das ist so gut. Die ist großartig. Die muss irgendwie verarbeitet werden. Weiß ich nicht, in irgendeinem Song, Remix oder als Podcast-Intro. Aber ich weiß nicht, das ist eine ganz große Sprachnachricht. Ja. Die die Geschichte auf jeden Fall nicht vergessen darf. Warte, wenn du jetzt ganz kurz mal still bist, dann spiele ich sie mal ab. Moment. Ich sage nichts. Ich habe Angst, wenn ich das Fantreffen mache, dass ich Europa gefährden schreibe. Du hast seit drei Mal reingesprochen, aber okay. War gut. Jetzt, äh, wisst ihr es. Ich sag, ich höre es auf, wenn du es abspielst. Nee, ich habe es ja nur auf dem Desktop-Sound quasi. Egal. Ach so, dann mach es doch mal. Nee, ach, alles gut. Das wird irgendwo eingebaut. Es ist wirklich großartig. Merkel wäre stolz, wie europäisch der gute MCM denkt. Danke dafür. Danke für deine Dienste. So. Wer, wer aber jetzt auch so ähnlich geswortet werden kann, ist Michael Wendler. Denn seine, seine Nummer wurde geleakt bei ATL. Oha. Die haben irgendeinen, die haben einen Beitrag gemacht über ihn. Ich glaube, seine Mutter hat irgendwie über ihn gesprochen. Und dann, ähm, hat sie wohl Chat-Nachrichten von ihm gezeigt. Und da konnte man Michael Wendlers Telefonnummer sehen. Oha, Albtraum, Albtraum. Boomer mit Technik in der Hand. Das kann ja nur schief gehen. Uff, uff, uff. Peak Comedy. Ich glaube, in zehn Jahren ist dann dieses Boomer, 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 ist dann wie das Frauen, Frauen, Frauen von Mario Barth. Aber trotzdem, es ist halt leider so. Also auch meine Oma erzählt mir jetzt irgendwie seit fünf Jahren, ich brauche ein neues Handy. Dieses Mal zu ihrem Geburtstag am 1.12. ist es wahrscheinlich so weiter. Gehe ich mit ihr mal in die Spur und erkläre ihr das dann. Albtraum. Geburtstag geliegt. Ja. Äh, ja. Eine Sache. Außer dem Wendler, falls du da noch irgendwas sagen willst, aber der Wendler ist der Wendler. Nö, dass er jetzt immer mehr abdreht. Also ich verfolge ja seinen Telegram-Accounts so ein bisschen und er teilt auch AfD-Propaganda. Also folgst du dem aktiv oder guckst du da immer rein, ohne Follower zu sein? Nö, also ich bin schon gezwungenermaßen Follower, aber ich gucke einmal die Woche vielleicht rein und gucke, was der so geschrieben hat und es ist inzwischen auch AfD-Zeug mit dabei. Also der ist jetzt völlig durch, der ist raus. Okay. Flacherde, Hohlerde, Echsenmenschen, das ist alles okay, aber sobald der AfD ist, dann dreht er völlig durch. Ja, weil die AfD ja echt ist, weißt du, Echsenmenschen und Hohlerde habe ich noch keinen Beweis für gesehen, aber die AfD gibt es ja wirklich nicht. Ich habe noch keinen Beweis für die AfD gesehen. Ich leider schon, ich war vor ein paar Wochen erst auf einer Gegendemo und die gibt es wirklich. Und ich habe Brandner gesehen. Oha. Den Typ, der sich ohne Maske durch Züge schleicht und danach auf Zugtoiletten versteckt, um keine Strafe zahlen zu müssen. Witziger Typ. Lächerlich. In den Trends war in dieser Woche, nee, in der letzten Woche war das glaube ich auch, ja, egal, ich will es trotzdem kurz ansprechen, war ein Insight in die Playstation 5, da bist du vielleicht nicht so investiert, aber ich will es zumindest kurz ansprechen, die Benutzeroberfläche von der Playstation 5, die läuft jetzt über so Cards, nennen die die, dass du verschiedene so quasi Overlays hast, die du ins Spiel machen kannst. Du kannst jetzt quasi in jedem Spiel auf Knopfdruck diese Karte aktivieren, die dir dann bei allen möglichen Sachen im Spiel sagt, wie du sie machen musst. Und ich finde das so eine Drecksneuerung. Je leichter es den Leuten gemacht wird, Spiele zu spielen, desto beschissener werden sie auf lange Sicht. Das ist jetzt ganz kurz nur runtergebrochen, weil ich es nicht zu lange ansprechen will, aber ich hasse dieses Streamline von AAA-Spielen, dass wirklich, ich weiß nicht, Assassin's Creed zum Beispiel, da drückst du halt einfach nur zwei Knöpfe und die Person im Spiel macht alles von alleine. Und das finde ich so kacke. Das ist doch doof. Und das, diese Neuerung, diese an sich ja geil und auch geil gelöst so, aber sie wird auf lange Sicht dafür sorgen, dass die Spiele noch einsteigerfreundlicher werden, dass die Leute, dass die Leute wirklich noch mehr an der Hand genommen werden, weil die dann das nicht mehr gewohnt sind. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Spielgespiel Turok 2 und ich bin da eine Stunde lang rumgeeiert. Das ist vielleicht jetzt ein anderes Extrembeispiel, ja. Du weißt halt einfach nicht, wo du hin musst, weil du keinen Kompass hast, keine Karte oder so. Du musst halt wirklich da tausendmal hin und her gucken. Das ist, wie gesagt, ein anderes Extrem. Aber ich finde es besser, wenn du wirklich selber drauf kommst, dann ist ja auch dieses belohnende, ja, der belohnende Effekt, wenn du selber was rausfindest, ist viel höher. Dieser Dark Souls-Effekt. Ah, okay, ich bin jetzt hundertmal gestorben, aber jetzt schaffe ich es. Das ist viel geiler, als wenn dir jemand sagt, ja, du musst jetzt übrigens da einen Schritt nach links machen und dann hast du es geschafft. Das fiel mir zum ersten Mal auf bei GTA 5, glaube ich. Da war es doch auch so, dass du die Mission dreimal machen musstest. Wenn du jedes Mal gefailt bist, konntest du die Mission überspringen. Ja, stimmt. Und das fand ich so auf den ersten Blick ziemlich geil, weil ich dachte, okay, jetzt bin ich nicht mehr frustriert und kann trotzdem fortfahren, auch wenn ich eine Mission echt nicht schaffe, weil ich bei San Andreas damals ewig irgendwie saß an diesen Missionen, wo du irgendwelche Hubschrauber abballern musstest oder sonst was und ich einfach schlecht drin war. Aber auf der anderen Seite nimmt dir das einfach auch sehr viel Spielfreude und sehr viel Experimentierfreude auch und es wird auch sehr schnell, denke ich mal, ausgenutzt, dass du so ein Spiel gar nicht mehr durchspielst, sondern einfach nur noch durchklickst. Oder ich habe mit meinen damaligen Nachbarskindern, auf die ich aufgepasst hatte eine Zeit lang, haben wir auch Donkey Kong gespielt und da konntest du auch jedes Mal dieses Level überspringen. Das haben die dann ständig gemacht. Wenn die einmal gestorben sind, haben sie sofort diesen Knopf gedrückt, wo du diesen weißen Affen vorschicken konntest, der das Level für dich löst. Ja, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass es das generell gibt, aber ich finde, das sollte quasi viel schwerer zu erreichen sein, dass du dich irgendwie erst durch 20 Menüs durchklickst oder so, bevor du die Option halt hast. Du hast ja jetzt auch das Beispiel genannt, so bei GTA, wenn es dir quasi angeboten wird, dann machst du das halt viel eher, weil einfach die Hürde viel kleiner ist. Ich habe so ein bisschen Resthoffnung, dass quasi dieses System von Playstation 5 dafür sorgt, dass sie die Spiele extra schwerer machen, weil du hast ja die Lösung quasi da, ohne jetzt googeln zu müssen. Aber ich glaube es nicht, dass es so kommt. Das wäre halt eine Resthoffnung. Ja, wir sind gespannt, wohin das führen wird langfristig. Ich bin ja jetzt kein Gamer in dem Sinne und wenn ich spiele, dann ist es mal GTA oder Wrestling oder so. Und bei Wrestling ist es ja eh egal, da musst du einfach den Kampf beenden und da kannst du gar nicht irgendwas drücken, von wegen überspringen. Ja. Da musst du ja nichts rausfinden, da musst du einfach nur besser werden. Wer noch am allerbesten geworden ist im Masturbieren, ist ein CNN-Contributor. Irgendwie Tuba oder so hieß der, der arbeitet seit mehreren Jahrzehnten bei CNN und das ist für mich so die witzigste Meldung der Woche. Da gab es einen Zoom-Call, also nicht öffentlich, nicht irgendwie auf dem Sender gestreamt oder so, sondern einfach nur quasi intern. Und er dachte scheinbar, er ist nicht zu sehen oder vielleicht hat er auf Mute gedrückt und dachte, das würde seine Kamera mit muten. Und es gibt so einen richtig witzigen Screenshot, also man sieht leider nicht, wie er die Pelle rausholt, ja, aber man sieht die Reaktion der anderen Teilnehmer. Es sind glaube ich so zwölf oder fünfzehn Leute in dem Call und alle haben so ein richtig geil entsetztes Gesicht, bis auf zwei Leute, die sich übelst freuen. Also der eine hat so die Hand vor den Mund und kichert in sich rein und eine genau in der Mitte, so eine Frau, die pisst sich übelst hart. Das ist großartig. Ist natürlich für ihn ein bisschen schade, ja, aber es ist ja wirklich, das ist einfach die Nachricht der Woche für mich. Es ist doch irgendwie auch menschlich. Es ist doch irgendwie ein Bedürfnis zu masturbieren und auch wenn die Kollegen zu gucken, ist doch was völlig Normales. Wollte ich gerade sagen, weil die Diskussion dann hinterher war, ja, der Arme, der hat gedacht, hier, er wäre gerade irgendwie auf Stumm geschaltet und die Kamera ist aus. Aber selbst dann ist es ein bisschen strange, oder? Also gerade im Call. Also ich sage immer, es ist nur dann peinlich, wenn wir Peinlichkeit zulassen. Wenn wir es einfach hinnehmen und sagen, okay, er hat masturbiert, hat vergessen die Kamera rauszumachen. Er hätte ja eh masturbiert, ja, ob jetzt mit oder ohne Kamera. Das machen wir ja alle früher oder später, also außer wir. Robin und ich haben so viel Sex, wir müssen nicht masturbieren. Ich habe Frauen, die für mich masturbieren. Genau. Und von daher ist es was völlig Normales und man kann das einfach weglecheln und sagen, ja, okay, es ist peinlich, verstehe ich, aber ist ja was Normales. Ich finde, aus Solidarität hätten die anderen alle mitmachen müssen. Dann wäre es doch einfach ein schönes, ein schönes, wir fühlen uns irgendwie so ein bisschen verbunden, so ein kleines Event, weißt du, so ein kleines Massenwichsen. Das ist doch, das ist doch was Schönes. Jetzt in dieser Zeit, wo irgendwie alles gespalten ist und alle irgendwie sich an die Gurgel gehen, das wäre doch mal so ein schönes, völkerverständigendes Event geworden. Aber nein. Die sollen sich mehr an die Gurken gehen. Ja, auf jeden Fall. Nicht an die Gurgel. Welche Band war das denn? Es gab irgendeine Band aus den 70ern, die auch gemeinsam masturbiert haben vor jeder Bandprobe. Ich glaube, das war ein Status Quo oder so. Sind die nicht sogar eine deutsche Band? Und ein deutsch, ich glaube nicht, nee. Ich dachte irgendwie niederländisch oder weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich sage es, wie es ist, ich kriege gerade so hier Migräneanfälle, noch geht es, ich habe keine Kopfschmerzen, aber ich habe diese Schlieren im Blick. Weißt du, was ich meine? Oh nein. Weißt du es nicht? Echt nicht? Ich habe das so... Ja doch, aber... Ach so, du meinst du, nein. Jetzt gerade im Moment meine ich, das ist aber schade. Das ist schade, ich sitze jetzt einfach mit geschlossenen Augen vorm PC, es geht schon. Wir sind ja auch schon halb durch durch den Podcast. Egal, eine britische Band tatsächlich. Ich dachte irgendwie, die wäre deutsch. Ah, britisch. Aber das ist auf jeden Fall ein Ankündigungssignal. Ich werde dann wahrscheinlich irgendwie demnächst richtig hart Kopfschmerzen kriegen. Aber egal. Ich sitze hier einfach... Da freut man sich doch auf den Tag. Ja, stell dir mal vor, wir säßen jetzt wirklich gegenüber und ich würde dich jetzt mit geschlossenen Augen angucken. Das wäre doch auch was. Das wäre doch... Wäre auch romantisch irgendwie. Ja. Ne, aber da ist halt die Discord-Lösung so viel besser. Was auch viel besser ist... Ich erkenne es halt nicht, Alter. Bora 2 ist wahrscheinlich richtig viel besser. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ja, habe ich gelesen. Du hast es schon gesehen? Ne, nur gelesen, dass da raus ist. Ich wusste gar nicht, dass er einen neuen Film machen will. Doch, das ist jetzt auch relativ kurzfristig über die Corona-Zeit entstanden, soweit ich weiß. Ich habe ihn halt leider noch nicht gesehen. Am Tag der Ausstrahlung habe ich ihn dann gesehen. Nämlich irgendwann heute werde ich den gucken, wenn meine Augen das zulassen und ich wieder die Augen aufmachen kann. Ich bin auf jeden Fall richtig hart gehypt. Ich wünschte, ich hätte ihn jetzt schon gesehen, um drüber reden zu können. Aber leider erst heute Abend wahrscheinlich. Aber ich bin ein bisschen poratkritisch, weil ich weiß nicht, der ist doch inzwischen so bekannt, die Figur. Dass da doch kein Mensch mehr drauf reinfällt. Ich glaube, dass innerhalb des Films das auch zum Thema gemacht wird und er sich quasi innerhalb der Rolle verkleidet, um nicht erkannt zu werden. Was mir auch ein bisschen nervt an Borat ist und auch an den anderen Filmen von, wie heißt das? Sacha Baron Cohen. Dass das immer so eine Mischung ist aus Fiktion und Nicht-Fiktion. Ich finde das richtig geil. Also es ist natürlich manchmal schwierig dann zu wissen, okay, ist das jetzt gestellt oder nicht. Aber das finde ich auch auf eine Art geil. Also irgendwie einen Film machen mit Prank-Anteil, so wie auch irgendwie Bad Grandpa oder sowas. War das? Hieß das? Ja, ne? Von Johnny Knoxville. Das finde ich schon noch geil in der Idee. Du gar nicht, oder was? Da stehe ich gar nicht drauf. Ich will entweder, will ich, dass der Film real ist oder halt Fiktion. Aber diese Mischung nervt mich total. Weil dann freue ich mich vielleicht über eine Szene und denke, ha, krass, dass das passieren konnte. Dann recherchiere ich aber über diese Szene und dann muss ich lesen, dass sie halt gestellt gewesen ist. Das finde ich halt voll schade. Aber hast du eine konkrete Szene gerade im Kopf, wo das für dich so war? Also von Sacha Barrington? Bei Borat war es nicht. Das war bei Bruneau. Da gab es irgendeine Szene, die mir richtig gefallen hatte. Die habe ich mit Freunden damals in Tübingen gesehen. Und ich habe den Film übelst gefeiert. Danach hast du rausgefunden, dass es eine Mischung ist aus Fiktion und Nicht-Fiktion. Und dann war ich sehr enttäuscht. Und auch die Szene, ich weiß nicht mehr, was es für eine Szene war. Aber von der war ich dann sehr enttäuscht, dass es gestellt war. Und dasselbe gab es ja auch bei Er ist wieder da. Diese Verfilmung. Da war ja auch ein Teil real. Habe ich bis heute tatsächlich nicht gesehen. Ist halt schon spannend. Aber am Ende hat es mir gar nicht mehr gefallen. Ich fand das Ende auch ziemlich beschissen. Und dann, das war eben auch eine Mischung aus Fiktion und Nicht-Fiktion. Das hat mich furchtbar aufgeregt. Kann ich nicht sehen. Ja, dann kommt man da mit dir wahrscheinlich nicht auf den grünen Zweig. Aber ich finde das eigentlich geil, wenn du quasi einfach nur Prank-Scheiß machst, aber das in irgendeiner Story zusammenwebst. Vielleicht muss es für gleich, ja, einfach irgendwie klar herausgestellt sein, was gerade echt ist und was nicht. Vielleicht mit einer anderen Kamera gefilmt zum Beispiel, weißt du, dass die Optik sich so ein bisschen ändert. Ja, also da würde es mir sogar gefallen, wenn da stehen würde, irgendwie real oder irgendwas. Weißt du, dass du es irgendwie auch vor Augen hast. Das ist immer so ein ganz großer Button extra für Tino. Das hier ist gerade gefegt. Ja, es ist ja nicht immer erkennbar, ja. Also, weiß ich nicht. Ich bin auch kein Freund davon, immer hinzuschreiben, Achtung, Satire. Das ist ja auch Quatsch. Aber wenn es echt so fließend ist und du nicht weißt, ist es real oder nicht real, das stört mich persönlich halt. Das ist halt mein Problem. Na gut. Ich glaube trotzdem, dass Borat 2, der heißt erstmal gar nicht so, der heißt irgendwie nachfolgender Movie-Film oder irgendwie so, ja. Also auch da wieder witzig und auch alles, was gerade Sascha Baron Cohen als Promo macht, finde ich ziemlich geil, dass der quasi, er hat einen Twitter-Account, wo er in der Rolle ist, der macht jetzt einen Reddit AMA, wo er in der Rolle ist. Also mega-nices Marketing in der Sicht. Aber das größte Ding, was ich bis jetzt davon mitbekommen habe, ist, dass unser aller Lieblingsanwalt von Trump, Rudi Giuliani, in eine sehr, sehr verzwickte Situation kommt. Nämlich, dass er mit einer Schauspielerin interagiert, die sich ausgibt als die Tochter von Borat, die 15 ist. Und irgendwie berührt er sie oder sich dann unsittlich in einer Szene. Und hat jetzt sehr viele Fragen zu beantworten. Das ist doch kein Skandal mehr, ohne Spaß. Was Trump sich alles geleistet hat und was seine Anhänger sich geleistet haben, das wird kein großes Ding werden. Das ist erstmal innerhalb des Films. Ich habe Bock drauf, ich kann es halt noch nicht beurteilen, wie groß oder wie krass es ist. Das werden wir dann nächste Woche besprechen. Aber es geht noch weiter, Denn Rudi Giuliani ist außerdem in die neue Story verwickelt, die Joe Biden quasi stürzen soll. Nämlich sein Sohn Hunter Biden soll einen Laptop am anderen Ende der Vereinigten Staaten, also irgendwo Pennsylvania, nee, ich weiß es gerade nicht genau, Delaware oder so. Also wirklich Ost- und Westküste. Er ist irgendwie Ostküste und das Ding ist an der Westküste. In irgendeinem Reparaturladen angeblich abgegeben worden. Und da waren wohl E-Mails drauf und auch Kinderpornografie. Und der gute Rudi Giuliani hat sich das zur Aufgabe gemacht, als Freiheitskämpfer und als Detektiv mit dem Detektivhut auf, hat er sich zur Aufgabe gemacht, das aufzudecken. Und ist quasi monatelang mit dem Laptop angeblich rumgelaufen oder nicht mal mit dem Laptop, sondern den Daten vom Laptop, heißt Kinderpornografie, ist er rumgelaufen, ohne das irgendeiner Behörde zu melden. Das ist absolut Genius. Ey, ich bin der Rudi, ich habe jetzt hier Kinderpornografie auf meinem Laptop, aber das ist nur, weil ich bin investigativ unterwegs. Der ist halt, ne, der ist ja kein Polizist oder sonst was. Der ist früher Bürgermeister von New York gewesen und der ist jetzt einfach nur der Anwalt von Trump, plus minus. Und Genius, Alter. Absolut Genius. Am Ende waren es deine eigenen Kinderpornos. Das ist nur aus Recherchezwecken, Tino. Ah. Ich gucke mir gerne nackte Kinder an jeden Abend, aber nur, um zu recherchieren. Ja, wie diese aussehen. Weil ich will die Kinder retten und ich muss die finden und muss mir ganz genau angucken, wie die aussehen. Joe Olli hat auch nur in viel Journalismus und Detektivarbeit geleistet, als er mit den ganzen 13-jährigen Sex hatte. Wie auch Michael Jackson, ja. Alles nur Detektivarbeit. Ja. Was auch Detektivarbeit war, war, als ich die neue Trump- und Biden-Debatte geschaut habe, habe ich nämlich ein Bingo gemacht. Ich habe im Vorfeld mir überlegt, na, was könnte jetzt für einen Zusammenschluss an Wörtern oder Phrasen fallen. Und 25 waren aufgelistet und ich glaube, 20 davon wurden mindestens irgendwie angesprochen. Es hat tatsächlich nicht ganz für eine Bingo-Reihe gereicht, weil es gab ab und zu halt die Situation, also es wurde zum Beispiel Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, die wurde angesprochen, aber ihren Namen nicht genannt. Und da konnte ich das nicht durchstreichen, weißt du. Oder Trump hat gesagt, irgendwer bla bla ist sehr korrupt, aber ich habe halt angegeben, dass er sagt Corruption, weil der das spricht ja das immer so lustig aus. Aber Corruption hat er halt leider nicht gesagt. Also hätte ich es ganz locker bewertet, hätte ich wirklich fünf Bingos voll gehabt so. Aber so hat es halt leider nicht für eine Reihe gereicht. Und das war dein Bingo oder war das eins aus dem Netz? Nee, nee, das war schon mein eigenes. Ich habe auch den Chat eins, zwei Sachen noch quasi zufügen lassen. Ich habe da wieder live verfolgt. Die Debatte diesmal war auf jeden Fall ein bisschen humaner, weil die Moderatorin die Möglichkeit hatte, Mikrofone an- und auszumachen. Hat sie es auch benutzen müssen? Ja, also das Witzige ist, Trump ist Joe Biden, glaube ich, zweimal ins Wort gefallen, aber der Moderatorin zehnmal. Richtig gut. Aber es ist ja auch eine Frau gewesen. Neue Strategie. Ja. Also ich habe ja so mehrfach durchgestrichen, wenn was passiert und Trump unterbricht Moderatorin, hatte ich halt als Bingo-Feld. Und das war halt dann hinterher gar nicht mehr zu erkennen, weil ich das so oft durchgestrichen habe. Und alter, China, China, es wurde China 41 Mal gesagt. Das ist richtig hart. Wir haben China-Counter auch gemacht. In einer Stunde? Ja. Das ist heftig. Aber wie gesagt, war auf jeden Fall angenehmer zu schauen. Natürlich dadurch ein bisschen weniger unterhaltsam. Trotzdem hat Joe Biden eher die Debatte gewonnen, laut meiner Meinung und auch laut des amerikanischen Konsens. Außer man fragt jetzt so rechte Netzwerke wie Breitbart oder so. Da hat natürlich Trump gewonnen. Aber so Bevölkerungsumfragen sagen, Joe Biden hat die Debatte gewonnen. Also es sieht gerade sehr danach aus, dass auf normalem, legitimem Wege Trump nicht gewinnt. Ganz vorsichtig natürlich gesagt, weil das hat man ja auch 2016 gedacht. Aber es sieht nicht danach aus. Kann noch alles passieren. Und es kann ja auch noch der von mir angekündigte Paukenschlag kommen, dass irgendwas ganz Skandalöses passiert. Irgendein richtig großes Ding. Wir werden sehen. Ja, aber in den zwei Wochen nicht mehr, glaube ich. Nee, ich meine nach der Wahl. Wenn quasi Trump verloren hat, dass dann noch irgendwie eine Granate platzt. Das wird ja eh spannend. Also egal, wer gewinnt, es wird auf jeden Fall was passieren. Ja. Es wird Riots geben. Es wird Unruhen geben. Egal, wer gewinnt. Und wenn wir schon beim Thema Trump sind, hast du mitbekommen, dass angeblich sein Twitter gehackt worden ist. Ja, Alter. Und das Passwort war Mega2020. Genau. Make America Great Again. 2020, ja genau. Als Abkürzung quasi. Ausrufezeichen. Und der angebliche Hacker behaupte, dass Trump nicht mal eine Zwei-Stufen-Authentifikation hatte. Das heißt, er musste nur ein bisschen rumraten mit dem Passwort und kam sofort rein. Irgendwie das siebte Passwort beim Versuchen war es schon. Genau, also das Weiße Haus und so dementiert das Ganze. Das wäre nicht passiert. Aber es gibt wohl Beweise von ihm in Form von Screenshots, dass er wohl drin war. Und er ist auch jetzt kein Held, sondern der ist auch jemand, der nichts Böses will. Also gar kein. Er wollte nur Trump aufmerksam machen auf Sicherheitslücken von seinem Twitter-Account. Ja. Also, das klingt jetzt nicht unbedingt abwegig, muss ich sagen. Das scheint ja jetzt auch nicht unbedingt ein Regierungs-Account zu sein. Ich weiß gar nicht, ob er quasi auch Angestellte hat, die da tweeten dürfen oder wirklich jeder Tweet von ihm selbst ist. Aber... Ja komm, der ist Präsident der USA. Also das wird schon krass geschützt sein. Also ich finde, es würde mich nicht überraschen, wenn das eine Fake-Nachricht ist. Naja, weiß ich nicht. Pass mal auf. Es gibt nämlich noch einen anderen Account. Es gibt den Account POTUS, also President of the United States. Und der ist quasi der offizielle Regierungs-Account. Aber der Account von Trump, den hat er ja selber gemacht noch vor zehn Jahren, weißt du? So, und hat den ja quasi ins Amt einfach übernommen. Der wird ja nicht plötzlich irgendwie Regierungs-Account. Das ist ja sein privater Account. At real Donald Trump. Deswegen kann ich mir das so vorstellen. Ich bin da so ein bisschen kritischer, weil, um das Thema WWE wieder reinzubringen, wenn du bei der WWE unterschreibst, und das ist echt traurig, und du hast schon vorher Twitter-Accounts, Instagram und so, musst du die abgeben an die WWE. Das heißt, die ganze WWE, also die Chefs und so, haben Zugriff auf deine Social-Media-Accounts und dürfen bestimmen, wie du heißt, was du postest und so weiter. Wenn das selbst in diesem kleinen Rahmen so stattfindet, kann ich mir das erst recht vorstellen, wenn du Präsident bist. Hm, ja, maybe, aber wie gesagt, ich kann es mir auch vorstellen, dass es schon legit ist. Da geht es ja auch um die Sicherheit der Welt einfach. Aber jetzt mal, also, Tino, solche unmoralischen Sachen passieren, dass da bei der WWE nur sehr moralisch kaputte Menschen würden da Wrestling gucken und das unterstützen. Es ist eine Scheiß-Company, keine Frage. Es ist richtig scheiße eigentlich, aber das ist ein so gutes Programm, da muss man einfach einschalten. Auch eine Scheiß-Company ist TikTok. Aber aus TikTok gibt es tatsächlich mal eine positivere Nachricht. Die haben nämlich jetzt Conversion-Therapy und White-Supremacist-Content gebannt. Was in dem Fall natürlich wieder was Gutes ist, weil wir sind der Meinung, okay, man sollte vielleicht Schwule nicht konvertieren, man sollte vielleicht nicht die weiße Herrenrasse ausrufen. Aber wenn als nächstes dann wieder irgendwie gegen Behinderte gehetzt wird, oder, also, was heißt gehetzt, aber, weißt du, behinderte Leute durch den Algorithmus schlechter angezeigt werden bei TikTok, was ja de facto passiert ist, wenn sowas dann wieder passiert, oder wenn Sachen gebannt werden, die man eigentlich gut findet, wenn jetzt zum Beispiel die Charlie Hebdo-Comics gebannt werden oder so. Wäre jetzt wieder nicht so geil, oder? Natürlich nicht, nee. Aber ist es dann überhaupt noch relevant? Ich dachte, dass TikTok jetzt gesperrt ist in den USA. Nee, aus irgendeinem Grund. Und lass doch dieses White-Supremacist. Aus irgendeinem Grund, ich habe mir das leider nicht nochmal durchgelesen, weil ich echt nicht so die Zeit gehabt die Woche, Trump hat quasi nicht die Autorität, das durchzuziehen. Also er hat ja so einen Executive Order gemacht. Aber ich glaube, ich müsste mir das nochmal durchlesen. Vielleicht hören wir da nächste Woche nochmal von. Also kann es sein, dass es gar nicht gesperrt wird? Ja. Also wie gesagt, so wie es diese Order gemacht hat, so geht es nicht. Order. Order. Was auch nicht geht, ist, dass Frauen abtreiben, und zwar in Amerika, in Saudi-Arabien und Uganda. Und wenn du weißt, du bist in einer Reihe und Glied mit Saudi-Arabien und Uganda, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Pfad. Die haben sich nämlich jetzt zusammengeschlossen. zusammengeschlossen. Echt die USA? Ja. Die haben sich zusammengeschlossen. Aber ich dachte, das ist so, ja. Und haben gesagt, die Frauen haben kein Recht auf Abtreibung. Das ist natürlich jetzt noch nicht irgendwie offizielles Gesetz, wobei es natürlich auch in vielen Staaten von Amerika ganz schwierig ist mit Abtreibung. Die sind ja auch ein föderalistisches System. Die machen da schon nochmal Unterschiede. Aber die haben sich quasi jetzt zusammengeschlossen, haben gesagt, hier, wir sind die fortschrittlichen Nationen der Welt. Saudi-Arabien, Uganda, ich meine, Uganda hat Wacaliwood mit Who Killed Captain Alex, ja? Ja. Die sind die Speerspitze der Innovation. Ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Ich wollte nur das ganz kurz erwähnen. Nee, das finde ich aber auch ziemlich krass. Das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich mit der Abtreibungsgeschichte. Ja. Was ich sagen wollte ist, ich habe noch ein paar andere Trump-Themen, wenn wir schon jetzt dabei sind, gegen Ende der Sendung. Es gab jetzt eine Journalistin, die hat über eine Begegnung gesprochen mit Trump vor einigen Jahren und hat ihn gefragt, also so unter vier Augen, warum er die Presse immer so niedermacht und was das denn alles soll. Da soll er wohl gesagt haben, ich stelle euch Medien und Presse bloß, dass, falls ihr über mich schlecht berichtet, keiner euch glauben wird. War das das, wo er dann aus dem Interview raus ist? Das habe ich gestern auch gesehen, gestern Nacht. Es kann sein, dass das das gleiche war. Das weiß ich gar nicht. Also die haben dann quasi so off-camera, aber es ist halt trotzdem gefilmt, noch geredet und dann hat er gesagt, der superstarke, der strongman Trump hat gesagt, äh, äh, den Biden, den stellt ja immer ganz liebe Fragen. Ich habe kein Problem mit tough questions, aber der Biden, der kriegt viel leichtere Fragen. Okay, ich denke, ich habe genug und geht. Das gab ja auch mal von Höcke so ein Szenario. Ja, genau, wo er ja irgendwie emotionalisiert war von irgendeinem Prozess, wo er gerade herkam und so. Ja, ja, lächerlich. Und noch, dass wohl 545, nee, 545 Migrantenkinder immer noch ohne Eltern sind, welche damals getrennt worden waren, als es diese neue Regelung gab. Sind die wie Jesus oder was? Unbefleckte, äh, Befruchtung, wie sagt man? Nee, die hatten Ersteltern tatsächlich. Ach, die hatten Ersteltern. Die hatten Ersteltern. Und dann gab es auch diese, diese Verfügung, dass Kinder und Eltern getrennt werden, ja, durch, durch die Regierung. Und davon sind, wie gesagt, über 500, haben ihre Eltern noch nicht wiederbekommen. Aber das muss ich kurz erwähnen, das ist ein Satz, der, den Trump echt gut in der Debatte verwendet hat. Denn tatsächlich hat das, diese, diese Trennung hat unter Obama angefangen. Also die, die Käfige auch. Ist das so, ja? Ja, ja, die Käfige, die da gebaut wurden, wurden 2014 gebaut und da war Trump noch nicht im Amt. Ist natürlich jetzt auch nicht die feine englische Art, dann das weiterzuführen, ja. Das ist kein Argument, oh, ich bin so geil, weil ich führe es nur weiter, ich habe damit nicht angefangen. Aber tatsächlich ist das unter Obama ursprünglich in kleineren Stil, aber trotzdem, ja. Aber auch zu diesem Zweck, Kinder in Käfige zu sperren, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es ursprünglich so gedacht war, Kinder in Käfige zu sperren, aber das ist, da gab es auch, ich habe halt, ich kann die Augen nicht aufmachen. Ist gerade ein bisschen schwierig. Aber, da gab es doch da auch diese geleakten Aufnahmen von Melania Trump, wie die auch darüber redet, dass du quasi, dass die Kinder quasi da ankommen und sich freuen in diesen, quasi in diesen, in diesen, Käfigen. Na, nicht Käfigen, sondern in diesen Facilities, wie sagt man denn, gehalten zu werden, weil die quasi aus Mexiko kommen und denen geht es da viel schlimmer. Die freuen sich da, von weg zu sein und so. Keine Ahnung. Ich kann es jetzt gerade nicht nochmal nachlesen. Ich kann die Augen nicht aufmachen. Wer die Augen, wer die Augen auch nicht mehr aufmachen kann, ist ein, ein Influencer aus, oh Gott, ich habe es mir aufgeschrieben, aus, aus Kiew. Der, ähm, war ein, ein Fitness-Influencer und Corona-Leugner. genau. Und ist jetzt, äh, an Corona gestorben, ironischerweise. Äh, und hat wohl kurz vor seinem Tod noch, ähm, zurückgerudert und sagte, oh, ich habe das unterschätzt und ich dachte, es wäre eine Lüge, aber das ist es nicht. Und jetzt sind seine Kinder und seine Frau, äh, ohne ihn. Mhm. Auf der Erde. Irgendwas hatte ich da noch gelesen, dass da gleich die Leute gesagt haben, mh, ich weiß es nicht. Also es wurde gleich wieder von den Leugnern irgendwie umgedreht, dass das die böse Regierung oder was weiß ich, irgendeine Scheiße halt wieder. Übrigens auch neuer Song auf dem Ärztealbum gegen Verschwörungstheoretiker. Ein Song von Bela. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja, ja. Auf auch dem letzten Album die Bela-Songs richtig finster zum größten Teil. Die Rot-Songs richtig finster zum größten Teil. Neues Album, richtig gut. Ja, selbst die Rot-Songs, ne, ich habe auch von Stimmen gelesen, die sagten, dass der Rot-Song auf dem neuen Album das Highlight ist. Polyester. Ja, Polyester finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht, aber das Highlight würde ich nicht sagen. Ich mag das, wenn der so ein bisschen so ich weiß es nicht, das ist so typische Rot-Songs irgendwie Geisterhaus und so irgendwie so ein bisschen Also Emo-mäßig, ne? Ja, aber halt nicht so Emo-Emo-mäßig, sondern so ein bisschen ja, abgespaced oder drogig, ich weiß nicht. Irgendwie so, weißt du, ich kann es nicht ganz umschreiben. Ja, die haben was ganz Eigenes, das stimmt. Finde ich eigentlich ganz nice, ja. Geisterhaus war auch nicht das beste Beispiel, ehrlich gesagt. Da gibt es noch andere, die das besser ausdrücken, was ich meine. Was ich noch sagen wollte, bevor wir komplett von Trump wegkommen, das war so für mich so eine, okay, meine Kinnlade klappt drunter Nachricht, denn am Anfang der Pandemie im April gab es quasi einen Defense Production Act quasi um die die Wirtschaft irgendwie zu unterstützen, so die Idee, da hat man die Regulierungen zurückgefahren. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass in Amerika die Nahrungsmittelindustrie keine Regulierungen hat, was zum Beispiel die Verarbeitung von Hühnchen angeht. Das heißt, die dürfen gestorbene Hühnchen noch zu Fleisch verarbeiten und dadurch es gibt da irgendwie so eine Art so eine bestimmte Krankheit für die Vögel und die hat sich dadurch irgendwie verbreitet. Also da liegen dann irgendwie Leichen rum drei, vier Tage und dann werden die zu Chicken Wings gemacht. Das ist ja richtig bärstig. Und da ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt, als ich dir das vorgestellt habe. Halt auch so ein Ding so, ja, wir haben jetzt mal hier so einen ganz tollen Ansatz, wir machen mal Regulierungen zurück, weil Regulierungen sind ja ganz blöd, da hat man auch richtig Bock auf Fleisch, oder Tino? Ja, so selbst jetzt mal weggerechnet, dass ich eh seit acht Jahren kein Fleisch mehr esse, aber das ist schon richtig eklig und ich hatte auch gestern so einen Moment, ich hatte gestern, wurde mir Essen mitgebracht, Gnocchi mit Gnocchi, bitte schön. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich sage immer Gnocchi und diese Gorgonzola Soße, die ist schon übelst nice, aber der Gedanke kam mir auf einmal auf, dass es ja irgendwie Milchsäure ist, Milch von Kühen, von irgendwelchen Tieren, da ist mir schlecht geworden zwischendurch und da habe ich es nicht mehr aufessen können, also mich überfällt immer mehr so ein Ekel vor tierischen Produkten. Komisch. Es fing mit Fleisch an und immer mehr sind es jetzt auch die anderen Produkte, die Tiere so abwerfen. Wir sind eigentlich hier zeitlich schon fast durch, aber ich würde jetzt drei, vier Sachen nochmal ganz kurz zusammenfassen, vielleicht hast du ja auch sowas, also da müssen wir jetzt nicht groß was zu sagen, aber ich finde, die sollten nicht untergehen. Das große, große Ding ist, ich glaube, das liegt immer noch da, da ist so ein Tanker gerade wieder im Meer, die Nabarima, Nabarima, glaube ich, mit 55 Millionen Galonen, sprich, ich glaube, eine Galone sind 2,5 Liter oder so, ich weiß es gerade gar nicht, die ist quasi seit einer Woche irgendwie da so am Umkippen und keiner macht was, also die dreht sich immer weiter oder so und wenn die versinkt, kommt halt dieses ganze Öl da raus und weil die Schiffe irgendwie zu weit weg sind, macht da keiner was. Da fühlt sich keiner verantwortlich. Da gab es so ein kleines virales Video von so einem einfachen Fischer, der das irgendwie aufgedeckt hat. Das nächste ist, in Sri Lanka haben Leute die schwulste Art rausgefunden, wie man Leute bestraft, die schwul sind, sozusagen. Ja, es ist eigentlich nicht witzig, aber es ist schon witzig. Sri Lanka, ne, die torturen Leute anal, die am after so aussehen, als hätten sie Sex gehabt. Die gehen davon aus, dass du an der Farbe und Form vom Anus erkennst, wer Analverkehr hatte und dann werden die da gefoltert. Das ist ja wohl die schwulste Art und Weise irgendwie rauszufinden, wer schwul ist. Ich gucke mir jetzt mal deinen Anus an. Das ist ja auch nicht durchdacht, weil manche sind ja auch aktiv beim Sex, die führen ja nur ein und lassen sich selbst nichts einführen. Das heißt, die sind dann fein raus. Und dann noch eine Statistik, die Luftverschmutzung hat im letzten Jahr dafür gesorgt, dass eine halbe Million Säuglinge gestorben sind. Und das ist nämlich auch immer so ein Ding, was man gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man immer sagt, ja, Klimawandel, der ist ja gar nicht so schlimm, der fordert keine Opfer und all sowas, Luftverschmutzung und Trinkwasser und so, das sind halt Statistiken, die man nie auf dem Schirm hat, aber wo so viele Leute dran sterben, auch irgendwie alte Menschen, die dann halt Lungenprobleme kriegen wegen Smog und so, das wollte ich einfach nochmal ansprechen, Es ist wichtig. Gut. Ich habe auch noch ein paar kurze Sachen und zwar der Papst hat sich jetzt für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgesprochen. habe ich auch gelesen. Er ist zwar gegen die Ehe, aber er ist dafür, dass die geschützt werden und was er ausgerechnet in einem geschützten Sex haben und es hat er ausgerechnet in einem russischen Film gesagt, also sehr spannend, dann gab es die Landtagswahlen in Wien und die FPÖ ist abgestürzt um 23%, was richtig krass ist, die waren ja Regierungspartei mit und seitdem Strache raus ist, sind die abgestürzt und Straches eigene Partei ist nicht mehr eingezogen in den Landtag, die sind auch knallhart gescheitert, also auch eine gute Nachricht für uns links versüften Leute. Vielleicht ist das ja ein Trend, das wäre doch schön. In Neuseeland ist diese Nationalpartei auch übelst gescheitert und da gab es ein virales Interview, also das ist das geilste Interview mit einem Politiker, was ich je gesehen habe, die ist so richtig, so richtig mies zu dem, Alter, die Journalistin, muss man aber dazu sagen, okay, wenn der jetzt quasi keine Macht mehr hat, ist es auch leichter, da jemanden runterzuziehen, als wenn das jetzt irgendwie der Bundeskanzler ist oder ein hohes Tier von der AfD oder so. wie es sich gehört? Gut, was geht man denn in der Woche? Beziehungsweise in zwei Wochen muss man ja fast sagen. ist schwierig, wenn wir die zweite Woche mitnehmen, ist es auf jeden Fall eine höhere Zahl. So gut haben wir das Ärztealbum und so, das ist natürlich ganz toll. Borat kann ich leider nicht bewerten, obwohl ich mich echt freue. Es gibt auch neue Folgen von Unsoft Mysteries auf Netflix habe ich auch Bock drauf. Aber auch der Terror in Frankreich mit der Enthauptung und den beiden muslimischen Frauen, die niedergestochen worden sind. Stimmt schon, hast schon recht. Das ist ja auch eine große Sache, ja. Ja, ja, sieben, fünf vielleicht. Ja, maximal sieben, fünf. Also wegen Ärztealbum auch, bedenkt das. Ja, ja. Das ist schon geil. Das wäre ja fast eine Zwölf wert, wenn du mich fragst, aber sagen wir mal realitätshalber und für die Nicht-Ärzte-Fans, die ich alle hiermit verurteile, sagen wir sieben, fünf. Bin ich dabei. Schön. Gut. Das war ein feuchtfröhliches Vergnügen mit euch, liebe Leute. Hast du auch schon gehamstert? Klopapier oder was? Irgendwas. Aber ich habe schon wieder erste Fotos gesehen, von wegen, es fängt wieder so an, so ironisch, ha, 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 bald ist wieder das Klopapier alle, so wie wir es gerade machen. Und aufgrund dessen gehen die Leute dann los und kaufen Klopapier. Die bescheuerten Schweine. Diese Klopapierindustrie. Also in meinem Laden, wo ich immer einkaufen gehe, da ist alles noch normal. Da ist die Welt noch in Ordnung. Gibt es keine Schwarzen. Nein, Leute, das war ein Scherz. Triggerwarnung hier bei uns. Farbige Menschen sind toll. Genau, und hamstert nicht, liebe Leute, es gibt dazu keinen Grund. Es wird Klopapier immer geben, solange der Mensch scheißen muss, solange es die Bild-Zeitung gibt. Genau. Hört die Ärzte, hamstert euch ein paar Kondome, das kann nicht schaden, dass keiner ungewollt schwanger wird oder irgendwelche Geschlechtskrankheiten ausgetauscht werden. Ja, das war's von uns. Ja, und dreht die Musik runter, damit ihr keinen Hörschaden kriegt. Außer es sind die Ärzte. Ja. Gut, Leute, war ein feuchtfröhliches Vergnügen, wie gesagt. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Vielleicht da wieder ohne Discord, mal gucken, wie die Corona-Zahlen sind. Wahrscheinlich nicht gut, denn wir haben jetzt zwei Tage hintereinander 11.000 Kelle gehabt. Wir werden sehen, aber in Weimar ist es gerade so noch entspannt. Wir schauen mal, was da kommt. Bis zum nächsten Mal.